Hi Leute, hier schaut MoFanWia. Mein Name ist Mo Thensen und das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Also habe ich mir gedacht, wir gucken mal, was so im Januar für Playstation VR am Start ist. Und tatsächlich, vielleicht habt ihr euch den Jahresrückblick von mir angeguckt, also wo ich auch meine, wie viel waren es denn eigentlich, 14, 15 Top-Titel des Jahres 2018 gekürt habe. Da habe ich ja auch einen kleinen Rückblick gemacht und hatte erzählt, so im Januar war ein bisschen saure Gurkenzeit, im Februar ging es dann langsam los und wurde zum Jahresendern immer krasser. Und ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr auch so ist. Auf jeden Fall sind da ein paar Sachen in der Pipeline. Ich werde das mal chronologisch durchgehen, aber bevor ich anfange, falls ihr euch für VR interessiert, das ist der Kanal, wo ihr Sachen über VR fahrt. Speziell über die Playstation VR. Das ist schon so mein Schwerpunkt hier. Aber ich habe auch eine Oculus Rift und gucke mir auf dem PC Sachen an etc. Also es geht um VR. Am Wochenende gibt es ja nur so eine Live-Show und freue mich auch, wenn ihr kommt. Und jetzt legen wir mal los. Und zwar, ich hatte das große, große Vergnügen, auf der IGX mehrere Interviews zu führen. Unter anderem mit einer Dame von Media Molecule. Und wir haben sie ausgequetscht über Dreams. Dreams, falls ihr das noch gar nicht wisst, kommt jetzt nächstes Jahr und ist eine Art Game Construction Kit. Media Molecule ist die Firma, die damals LittleBigPlanet gemacht hat. Und ihr wisst, in LittleBigPlanet gab es Tools, mit denen man sich eigene Games machen konnte. Und Dreams ist sozusagen die Weiterentwicklung von dem Ganzen. Noch mächtiger, noch krasser. Und wir haben ungefähr eine Stunde Interview gemacht auf der IGX. Guckt euch das gerne an. Ich werde das hier verlinken. Ist leider in Englisch und der Ton ist nicht so doll, aber vielleicht doch für den einen oder anderen interessant. Denn wir haben uns alle Tools angeguckt. Ja, alle Making Tools. Und ich war sehr beeindruckt. Und ich konnte bisher auch noch nicht oben hin, wahnsinnig zu staunt zu sein, was die eigentlich an Technologie da drin haben. So, auf jeden Fall wird Dreams, wenn es dann release wird, irgendwann im Verlauf des Jahres 2019, auch eine komplette VR-Unterstützung haben. Das heißt, wir können uns selbst VR-Spiele machen. Wir brauchen also gar nichts anderes mehr. 2019 ist gesichert. Ne. Aber es ist ein wahnsinnig interessanter Faktor. Und uns hatten sie bei dem Interview gesagt, dass im November eine Open Beta rauskommt. Das hat sich jetzt verschoben. Die kommt jetzt aber tatsächlich. Einige paar Auserwählte können schon zugreifen, wenn sie sich zufällig letztes Jahr im Newsletter angemeldet haben. Aber eine richtige Open Beta für jedermann gibt es ab 8. Januar. Die ist allerdings ohne VR erstmal. Trotzdem erwähnenswert für uns VR-Leute, weil da kann man schon mal ein bisschen reinkieken und checken, was das so ist. Und die geht allerdings auch nur bis zum 21. Januar. Also das ist ein kleines Zeitfenster. Kann man ein bisschen mit rum experimentieren und sich das Ganze schon mal angucken. Sommer 2017. Ich weiß noch, ich war im Urlaub und habe trotzdem auf meinem iPad natürlich so das Geschehen verfolgt. Und da wurde zum ersten Mal auch mehr zu Megalit erzählt. Das wurde schon vorher angekündigt, nur mit einem Trailer und ich mochte die Grafik total. Mittlerweile ist das schon voll der Alkohut. Ich habe die Demo gespielt. Die gibt es im US-Store. Kann man sich runterladen und bis zu Release spielen. Und auch Megalit, ein Action-Moba. Ich werde euch mal hier Videomaterial reinschneiden, dann könnt ihr das sehen, wird am 8. Januar jetzt endlich released. Also ich nicht 100% weiß, ob es weltweit ist oder erstmal nur in Amerika. Müssen wir nochmal gucken. Schreibe ich vielleicht hier nochmal in die Description, sobald ich das for sure weiß. Aber genau, es ist ein Action-Moba. Zwei gegen zwei Leute können spielen. Man kann das mit dem Gamepad spielen und dem Move-Controller. Ich verlinke euch mal, ich habe nämlich ein Video darüber gemacht mit allen Informationen, die es zu der Zeit gab. Ich habe es jetzt in den Betas selber gespielt. Ich verlinke euch das mal alles, da könnt ihr in Ruhe reingucken. Deswegen muss ich jetzt gar nicht so viel erzählen. Das ist ein geiles Ding. So, und dann gibt es ein bisschen Luft und am 18. geht es wieder los. Und da kommt Ace Combat 7. Ace Combat hat eine unfassbar merkwürdige History. Das ist schon, glaube ich, vor der PlayStation VR angekündigt gewesen. Also als Launch-Titel für 2017 dann eigentlich announced und es kam und kam nicht. Und vor allen Dingen wurde am Anfang gesagt, Ace Combat, Fallen 4 Airs wird voll fett. Denn, ich weiß nicht, ich selber habe die Ace Combat Serie tatsächlich nie in Flat gespielt. Also auf den alten Playstations gab es schon immer Ace Combats. Das ist jetzt auch Teil 7. Und je mehr Informationen daraus kamen, desto mehr wurde auch klar, Ace Combat wird nicht vollkommen in VR sein, obwohl es dafür prädestiniert wäre. Es ist ein Flugzeugspiel. Herrgott. Sondern es wird, und das ist jetzt der letzte Stand, eigentlich nur drei richtige Missionen haben, die ihr fliegen könnt. Es wird aber auch so einen Freiflug-Modus geben, wo man einfach durch die Gegend dödeln kann. Also man wird zu tun haben. Ist jetzt aber schwierig, weil es ist ein Vollpreistitel für, ich weiß gar nicht aus dem Kopf, 70 Euro oder 60 oder so. Und der hat am Ende nur ein paar VR-Missionen. Also für VR-Enthusiasten, die das gar nicht in Flat spielen wollen, ist die Frage, ob sich das lohnt. Müssen wir auch das schon jetzt mehrmals antesten. Auf der EGX habe ich es gespielt. Da gab es zwei Demo-Missionen zum Spielen. Und technisch und so weiter ist das toll. Es ist wirklich ein schönes Gefühl, im Flugzeug zu sitzen. Und über den Inhalt kann ich noch leider nicht viel sagen. Die Demos waren relativ einfach und man hatte immer nur so 10, 15 Minuten Zeit, da bis reinzugucken. Es ist eine nette Geschichte. Ich weiß nicht, ob das eher interessant ist für VR-Enthusiasten, wenn es mal im Sale ist. Wenn man sagt, hey, für, was weiß ich, vielleicht insgesamt drei Stunden VR-Spaß gebe ich jetzt nicht, 70 Euro aus. Aber am 18. sind wir schlauer, sind wir informiert, denn da können wir es in die Hand nehmen und mal gucken, was geht. Ich hoffe ja, dass ich das durch meine bis jetzt dann doch existierenden Quellen zugespielt bekomme und für euch mal abchecken kann. So, auch am 18. Januar kommt die ebenfalls nach hinten geschobene Demo zu Kingdom Hearts, Kingdom Hearts ist ja auch eine Serie von Square Enix. Und ich glaube, Ende Januar kommt die Kingdom Hearts 3 für die PlayStation 4 raus. Und es gibt auch VR-Erfahrung dafür. Aber sie haben es nicht nur nach hinten geschoben, es sollte erst letztes Jahr in Japan geleased werden, sondern auch noch zerteilt. Am 18. Januar kommt nämlich jetzt weltweit eine Kingdom Hearts-Erfahrung raus für VR. Aber soweit ich das mitgekriegt habe, ist es wirklich nur, also noch nicht mal interaktiv, sondern irgendwie nur so eine nette Musikvideo-artige Geschichte oder so. Für alle Fans natürlich ein Must-Have. Man kann sich endlich die ganzen Figuren mal in Real Life angucken. Das ist bestimmt ganz spannend. Mich persönlich interessiert es jetzt nicht so mega, weil ich natürlich auch den Flat-Titel nicht mehr spielen werde. Und das war es damit. Dann wurde mir tatsächlich von Frank, der Chef, der Boss von Soulpix hat mir geschrieben. Und zwar so, mit den Sonys hat er geschnackt. Und die Demo kommt jetzt definitiv Mitte Januar. Auch hier, ich habe es ausführlich, es gibt ein Interview mit Soulpix, das ich gemacht habe, verlinke ich euch hier. Ich habe über die Demo, die ich auf einem Presse-Event hier in Hamburg gespielt habe, sehr ausführlich auch gesprochen. Deswegen hier keine langen Worte. Aiden Tomorrow ist ein sehr, sehr vielversprechendes Abenteuerspiel, Science-Fiction-Abenteuerspiel, das uns dann im ersten Quartal 2019 erwartet. Und besagte Demo, die ich gespielt habe, kommt jetzt Mitte Januar. Voila. Und dann, und das könnte tatsächlich einer der Highlights werden, Fisherman's Tale. Fisherman's Tale ist von, jetzt muss ich kurz nachgucken, den Jungs, die uns Arizona Sunshine schon beschert haben. Von, ja, 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 schlecht vorbereitet. Vertigo Games natürlich, ja. Und die sind ja gut am Machen. Es kommt demnächst auch noch, also 2019 kommt auch noch ein Spiel von denen. Auch für die PlayStation VR, so eine Strategie gehen. Und zusammen mit Innerspace haben sie Fisherman's Tale gemacht. Und das sieht dann seine PlayStation VR-Belace am 22. Januar. Und das ist ein sehr surreales Puzzle-Spiel. Ihr steuert offensichtlich einen Fischer, der in einem Leuchtturm arbeitet und dann kommt da so eine merkwürdige Welt in einer Welt, in einer Weltgeschichte zum Tragen. Sieht sehr, sehr interessant aus bisher. Könnte ganz knoffig werden. So, und was gibt es dann noch? Der Rest ist jetzt leider ohne konkretes Release-Date. Da wurde nochmal gesagt, im Januar. Und zwar unser Lieblingsman von Honor & Duty. Wir haben, oder ich habe jetzt zumindestens ja das letzte Vierteljahr fleißig immer in die Betas reingeguckt. Da wird es garantiert vor Release auch noch eine geben. Er hat ja so eine Liste gemacht, was für Beta-Steps passieren. Und im letzten Step wird man Panzer und so fahren können. Während des Gefechtes, kurz zusammengefasst, falls ihr Honor & Duty D-Day, das zweite Spiel mit dem Namen Honor & Duty, noch gar nichts gehört habt. Es ist halt ein Multiplayer-Shooter mit sage und schreibe. Ich glaube, 32 Leute können damit spielen. Also unfassbar. Auch sehr witzig. Das Ganze ist eher in so einem Low-Polygon-Look. Ich mag das ja ganz gerne. Und macht eigentlich einen guten Job. Es ist nicht so ein super taktisches Ding wie Firewall oder so. Sondern wirklich so, bam, fun, bisschen knattern. Wird aber auch verschiedene Spielmodis haben. Und hat schon ein bisschen, naja, es möchte so ein bisschen das Battlefield werden. Also es wird von der Komplexität her ehrlich gesagt nicht daran reichen. Aber man kann Fahrzeuge fahren. Es gibt große Maps. Und es wird einen Battle Royale-Mode haben. Ich habe das alles in den Betas hier schon angetestet. Werde ich euch auch verlinken. Könnt ihr mal in allerwo reingucken, was das Ding so kann und macht. Und es wird nur 10 Dollar kosten. Also deutscher Preis wahrscheinlich auch so 10 Euro. Und das kommt jetzt im Januar dann raus. Wurde zumindest bisher für den Januar angekündigt. Schauen wir mal, ob das wirklich passiert. Und dann gibt es noch ein bisschen Crap. Ich hatte letztens bei der Live-Show schon verkündet, dass das ein Spielchen namens Vertigo Home auch angekündigt ist. Da gab es einen Trailer. Das ist allerdings, ja, so ein bisschen outdated. Ihr müsst einfach einen Tunnel lang fliegen, in dem lauter Hindernisse rotieren und sonst was. Und ihr müsst ausweichen. Uh, spannend. Es gab schon mal ein Spiel, das hieß Hextunnel. Das war auch total furchtbar. Also technisch auch unter aller Sau. Und Werdigo Home schickt sich an, da den Platz einzunehmen. Also wir beobachten das mal, aber ich glaube, das ist nichts Spannendes. Und dann kommt auch noch, apropos nichts Spannendes. Natürlich ein Spiel zum Film Sharknado. Eye of the Storm. Und das sieht eigentlich im Trailer gar nicht so blöd aus. Ja, das scheint so eine Art Gallery-Shooter zu sein. Also ihr steht irgendwo rum und müsst Haie wegschnetzeln. Aber meine Erfahrung sagt, Spiele, die irgendwie im Windschatten von irgendwelchen Filmen bisher herausgebracht wurden. Außer Creed, das ist wirklich gut geworden. Vorsichtig, ne? Also nicht die Erwartung zu hoch stecken. Das kommt auch im Januar, wurde aber noch nicht konkret mit einem Termin versehen. Und dann gibt es auch noch Gerüchte, dass unser gutes 18th Floor, das ist ein Escape the Room. Ein Escape the Room-Spiel aus China. Ich habe es auch gespielt. Hier guckt ihr ins Let's Play. Und das hat, wie der Name sagt, nicht etwa 18 Räume gehabt, sondern bisher nur zwei. Und da soll es DLC geben. Da gibt es mehr Räume. Ich würde jetzt mal automatisch annehmen, kostenlos. Aber das müssen wir mal sehen. So, und das waren die Sachen, die jetzt schon relativ verbrieft sind für den Januar. Also es gibt schon ordentlich was zu tun. Wenn ihr mich fragt, ich habe noch genügend Spiele aus 2018 rumliegen, die ich erstmal fertig machen möchte. Aber ich habe es auch gar nicht so eilig. Der Rest des Jahres könnte dann auch noch sehr interessant werden. Wenn ihr möchtet, kann ich mich mal auch hinsetzen und eine kleine Liste machen mit allen Spielen, die für 2019 angekündigt sind. Zu manchen weiß man aber wirklich noch nicht viel. Wenn ihr da Lust habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Falls ich irgendwas nicht aufgezählt habe, was im Januar passieren wird, dann denkt auch an die Community. Schreibt es auch in die Kommentare. Kann es jeder lesen. Und wir haben hier eine schöne Sammlung. Und das war es erstmal von mir, Mo Fan VR. Von mir, Mo Tensen für Mo Fan VR. Ich bin demnächst wieder da. Und ich hoffe, wir werden auch im Januar weiterhin Spaß mit unserer PlayStation VR haben. Und dann wird es richtig abgehen. 2019 ist ja auch das Jahr, in dem Sony endlich mal ein bisschen auspacken könnte über die Zukunft. Es gab ja letztes Jahr schon Fettgerüchte über die PlayStation 5 und die PlayStation VR 2 und so weiter und so weiter. Und das wird natürlich jetzt immer interessanter und spannender. Das anvisierte oder gerüchtete Release-Datum war dann irgendwann 2020. Das bedeutet aber, dass wir 2019 Sachen erfahren werden, ich schätze ich. Und im Februar wird es heißer, Planzone in der eigenen Veranstaltung. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Und bis dahin werden wir auch noch Spaß mit den Sachen haben, die wir jetzt da haben. Ah ja, ich freue mich über einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt, in Zukunft informiert zu werden. Aber drückt nicht die Glocke, sonst kriegt ihr wirklich alles mit, was hier passiert. Nicht die Glocke. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.